Das macht mich stolz, so etwas zu gewinnen. Auf jeden Fall viel Arbeit dahinter, die sich Tiso auf jeden Fall gelohnt hat. Aber nicht nur ich, sondern auch Jan und der Mann haben das genau gleich verdient wie ich. Für viele Leute ist die Kritik vielleicht ein Schlag ins Gesicht. Für mich ist es eine Motivation mehr. Ein Push mehr, der mir einfach zeigt, dass ich noch mehr machen muss. Dass ich vielleicht auch die anderen glücklich mache. Aber mehr ist es auch nicht. Ich weiss, welche Leute hinter mir stehen, die mich bis heute immer unterstützt haben. Und das ist für mich das Wichtigste.